Justin Drew Bieber 1. März 1994 in London, Ontario, ist ein kanadischer Pop- und R&B-Sänger und Songschreiber mit deutschen Wurzeln. Seine Karriere begann mit Cover-Versionen bekannter Songs, die seine Mutter als Videos auf YouTube veröffentlichte. 2009 erschien seine Debüt-Single One Time. Im März 2010 folgte das Debüt-Album My World 2.0, das unter anderem in Kanada und den USA Platz 1 der Charts belegte. Auch seine bis 2015 veröffentlichten weiteren drei Studio-Alben erreichten unter anderem dort die Chart-Spitze und in weiteren Ländern die Top Ten der Hit-Parade. Kindheit und Privatleben Justin Bieber, 2009 Justin Bieber wurde 1994 in London in der kanadischen Provinz Ontario als Sohn von Patricia Lynn Patti Mallette und Jeremy Jack Bieber geboren und wuchs in Stratford in Ontario auf. Seine Mutter, die ebenfalls in Stratford groß wurde, war zur Zeit seiner Geburt 18 Jahre alt. Sie zog ihn als Alleinerziehende mit Unterstützung ihrer Eltern auf. In Biebers Jugend arbeitete sie in verschiedenen gering entlohnten Bürojobs und wohnte zum Teil in Sozialwohnungen. Seine Eltern trennten sich, als Bieber zehn Monate alt war und er hielt weiterhin Kontakt zu seinem Vater, der mittlerweile mit einer anderen Frau verheiratet ist und drei weitere Kinder hat. Justin Biebers Großvater väterlicherseits war Deutscher, der nach Kanada emigrierte. Von ihm stammt der deutsche Familienname. Nachdem Bieber im Oktober 2008 seinen Plattenvertrag unterschrieben hatte, zog er mit seiner Mutter nach Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. Mittlerweile wohnt er in Los Angeles. Von 2010 bis 2012 hatte Bieber eine Beziehung mit der US-amerikanischen Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez. Im Januar 2014 wurde er wegen eines illegalen Autorennens unter Alkoholeinfluss kurzzeitig inhaftiert. Ende 2017 Anfang 2018 folgte eine erneute Beziehung mit Selena Gomez, die beiden trennten sich jedoch kurze Zeit darauf. Seit Oktober 2018 ist Bieber mit dem US-amerikanischen Model Hayley Baldwin verheiratet. Schulbildung, Hobbys Bieber besuchte zunächst die Grundschule Jeanne-Sauve Catholic School, eine französische Immersionsschule, hier lernte er neben Englisch auch Französisch. Mit zwölf Jahren wechselte er auf die Stratford Northwestern Secondary School. Seit dem Beginn seiner Karriere hatte Bieber einen Privatlehrer, der ihn auf seinen Reisen begleitet. Im Mai 2012 hat Bieber die High School abgeschlossen. Während der Schulzeit spielte er in den Eishockey-Mannschaften seiner Schulen. 2012 unterbreiteten ihm die Bakersfield Condors aus der Echel ein Vertragsangebot für die Saison 2012. 13. Seine Lieblingsmannschaft sind die Toronto Maple Leafs. Da sich seine Familie keinen professionellen Unterricht leisten konnte, brachte Bieber sich Schlagzeug, Piano, Gitarre und Trompete spielen selbst bei. Sein erstes Schlagzeug bekam er im Alter von fünf Jahren geschenkt. Musikalisch wurde er in seiner Kindheit von Boyz II Men und Michael Jackson inspiriert, die seine Mutter bewunderte. Durch seinen Vater kam er auch mit Rockmusik und Heavy Metal von Aerosmith, Guns N' Roses und Metallica in Berührung. Karriere 2007, erste lokale Auftritte und Entstehung von Internetvideos Nachdem er als Kind einige kleinere Auftritte hatte, darunter zum Beispiel in der Kirche, nahm er 2007 mit zwölf Jahren an einem lokalen Talentwettbewerb namens Stratford Star Competition teil, bei dem er den vierten Platz belegte. Wenige Monate später erreichte er bei einem anderen lokalen Gesangswettbewerb den zweiten Platz. Seine Mutter nahm den Auftritt auf Video auf und stellte dies später auf YouTube online, um Verwandten die Möglichkeit zu geben, die Auftritte ebenfalls zu sehen. Es folgten weitere Auftritte bei ähnlichen Talentwettbewerben, zudem trat er unter anderem beim Stratford Shakespeare Festival auch als Straßenmusiker in Erscheinung, womit er auch Geld verdiente. Viele dieser Auftritte stellte seine Mutter ebenfalls auf YouTube, und es bildete sich eine kleinere lokale Fangemeinde. 2008, Entdeckung und Plattenvertrag 2008 wurde der amerikanische Musikmanager Scooter Braun auf Bibers YouTube-Videos aufmerksam. Er kontaktierte Bibers Mutter, die ihrem damals 13-jährigen Sohn erlaubte, Braun nach Atlanta zu begleiten, um Demo-Aufnahmen zu machen. Dort lernte Bieber Asher kennen, der im gleichen Tonstudio arbeitete und zusammen mit Braun das Medienunternehmen und Plattenlabel RBMG führt. Das Unternehmen nahm Bieber unter Vertrag. Anschließend forcierte man einen Vertrag mit einem Major-Label, das die Veröffentlichung von Musik erleichtern sollte. Dies stellte sich jedoch zunächst als schwieriges Unterfangen heraus, da man den Sänger als zu jung erachtete und er keinen größeren Konzern wie beispielsweise die The Walt Disney Company oder Nickelodeon im Rücken hatte. So wurde er unter anderem von Epic Records abgelehnt. Asher kontaktierte Talentmanager Chris Hicks, der zusammen mit ihm ein Treffen mit Antonio L.A. Reid organisierte, dem damaligen CEO der Island Def Jam Music Group. Dieser ließ Bieber im Oktober 2008 einen Plattenvertrag bei Island Records unterschreiben. Seitdem tritt Hicks als Bibers Kontaktperson beim Plattenlabel in Erscheinung. Scooter Braun fungiert als Manager des Sängers. 2009, Debüt in der Musikbranche sowie EP My World Im Juli 2009 erschien die Debüt-Single Bieber's mit dem Titel One Time. Sie erreichte Platz 17 in den Billboard Hot 100 sowie Rang 12 in der kanadischen Heimat des Sängers. Nachdem der Song im Spätsommer auch in Deutschland veröffentlicht worden war, erreichte er dort Platz 14 der Charts sowie im Januar 2010 Position 11 in Großbritannien. Im Oktober erschien dann die zweite Single des Musikers, One Less Lonely Girl, die in den USA, Platz 16, und Kanada, Rang 10, ähnlich erfolgreich war wie sein Vorgänger, besonders in Großbritannien jedoch nicht an den vorherigen Erfolg anknüpfen konnte und nach der Veröffentlichung im Januar 2010 nur Platz 62 erreichte. In den deutschen Media Control Charts platzierte sie sich auf Rang 22. Außerdem erschienen im Oktober und November noch zwei Promotonträger mit dem Namen Love Me bzw. Favorite Girl, die in Kanada, den USA und Großbritannien in die Charts einstiegen, in Deutschland jedoch nicht. Anschließend spielte Bieber im November vier Konzerte in Kanada, um seine Debüt-EP My World zu bewerben, die am 17. November unter anderem in den USA und Kanada veröffentlicht wurde, wo sie Platz 6 und Platz 1 erlangte. Erst nach der Veröffentlichung des Albums My World 2.0 im März 2010 stieg die EP in den Billboard 200 mit Rang 5 auf seine Höchstposition. In Deutschland, wo man die EP bereits am 13. November veröffentlicht hatte, stieg diese auf Position 7 ein. In Großbritannien erreichte sie im Januar 2010 zunächst Rang 4, ehe sie im März desselben Jahres, eine Woche vor der Veröffentlichung des Albums, Rang 3 erlangte. Ebenfalls 2009 trat Bieber im Rahmen des Fernseh-Specials Christmas in Washington im Weißen Haus für den US-Präsidenten Barack Obama und dessen Ehefrau Michelle Obama auf. Dabei sang er Someday at Christmas von Stevie Wonder. Außerdem trat er bei Dick Clarks New Year's Rockin' Apostroph Eve with Ryan Seacrest auf, einer jährlich an Silvester in den USA ausgestrahlten Show. 2010, Debütalbum My World 2.0 und Tournee Justin Bieber, 2010 Am 18. Januar 2010 wurde mit Baby die erste Single-Auskopplung aus dem Debütalbum des Singers veröffentlicht, wobei der Rapper Ludacris als Gastmusiker in Erscheinung trat. Mit Platz 3 in Kanada, Rang 5 in den USA und Position 3 im Vereinigten Königreich ist der Titel in diesen Ländern die bisher erfolgreichste Single-Veröffentlichung Bibas. In Deutschland stieg der Song bis auf Rang 22. Anschließend erschienen im März zwei Promotonträger, Never Let You Go und Usmile. Beide Lieder stiegen in die Top 30 der Billboard Hot 100 ein. Am 19. März veröffentlichte man unter anderem in Deutschland das Debütalbum Bibas, das den Titel My World 2.0 trug. Am gleichen Tag erschien auch eine andere Version, My World's. Während man beim Kauf von My World 2.0 zehn neue Lieder erhielt, umfasste My World's neben diesen noch acht Titel der EP My World. In Deutschland stieg nur My World's Indie-Charts ein, das Album erreichte Platz 7. Am 23. März veröffentlichte man die CD weltweit, woraufhin sie Platz 1 in den USA und Kanada sowie Rang 3 in Großbritannien erlangte. Nachdem es sich in den Billboard 200 auf der Höchstposition platziert hatte, wurde Bieber zum jüngsten männlichen Künstler seit TV Wonder 1963, der die Nummer 1 in den USA erreichte. Damals war Justin Bieber gerade 16 Jahre alt geworden. Ebenfalls im März erschien die Single Ini Mini, bei der Bieber und Sean Kingston als Liedsänger aufgeführt wurden. Obwohl der Titel auch auf dem Album My World 2.0 zu finden ist, wurde es aus dem Album Back to Life von Kingston ausgekoppelt. Der Titel platzierte sich auf Platz 15 in den USA und stieg auch in Deutschland in die Charts ein. Im Mai veröffentlichte man die zweite Auskopplung des Albums, die den Namen Zombie 2 Love trägt und unter anderem in den USA, Deutschland und Kanada den Einstieg in die Top 20 schaffte. Zu dem Titel existiert auch ein Remix mit dem Contemporary R&B-Sänger Usher, der zusammen mit der Album-Version veröffentlicht wurde. Im Juni 2010 begann die erste Welt-Tournee Bibas unter dem Titel My World Tour. Die erste Etappe endete im Dezember desselben Jahres nach 77 Konzerten in den USA und Kanada, bevor sie im März 2011 in Europa fortgesetzt wurde. Im August 2010 erschien der zuvor bereits als Promotonträger veröffentlichte Titel Us Smile als dritte und letzte Single des Debütalbums. Das Lied konnte seine zuvor erreichte Höchstplatzierung, Rang 27 in den USA, nicht übertreffen. Im September wurde die erste Folge der elften Staffel der Serie CSI, den Tätern auf der Spur ausgestrahlt, in der Bieber in der Rolle des Jason McCann einen Gastauftritt hatte. Ebenfalls im September sang Bieber bei den MTV Video Music Awards 2010 ein Madly der Lieder Us Smile, Baby und Somebody to Love. Bei der Preisverleihung gewann er für das Lied Baby den Preis als Best New Artist. Bereits im August hatte er bei den Teen Choice Awards 2010 aus fünf Nominierungen in den Kategorien Choice Phonetic Fans, Choice Music, Male Artist, Choice Music, Breakout Artist Male, Choice Summer Music Star, Male und Choice Music, Popalbum vier Auszeichnungen gewinnen können. Im Oktober kündigte Bieber ein Akustik-Album an, das schließlich im November unter dem Namen My Worlds Acoustic erschien und Platz 7 der USA sowie Rang 4 in Kanada erreichte. Eine Woche zuvor war eine internationale Version des Albums erschienen, diese trug den Namen My Worlds – The Collection. Die internationale Version bestand dabei aus zwei CDs und umfasste dabei sämtliche zehn Titel von My Worlds Acoustic sowie den Remix des Liedes Somebody to Love mit Usher, den Titel Never Say Never featuring Jaden Smith und einen weiteren Remix von Somebody to Love. Die zweite CD stellte die Album-Version My Worlds dar. My Worlds – The Collection erreichte keine Platzierung in Deutschland. Auf beiden Alben befand sich auch das Lied Pray, ein neuer Song Bieber's. Dieser wurde im Dezember aus dem Kompilationsalbum My Worlds – The Collection ausgekoppelt und erreichte Platz 51 in Deutschland und Rang 61 in den USA. 2011 – Kinofilm Never Say Never Justin Bieber, 2011 Am 25. Januar 2011 erschien die Single Never Say Never. Bei dem Titel trat Jaden Smith, der Hauptdarsteller des Filmes Karate Kid, als Gastmusiker in Erscheinung. Der Song war schon einmal im Juni 2010 als Titelmelodie des Filmes Karate Kid veröffentlicht worden. In den USA und Kanada stieg das Lied damals bereits bis auf Platz 33 bzw. Rang 11, ehe es im Februar wieder in die Charts einstieg. Während es in den Billboard Hot 100 dann jedoch mit Position 8 seine Höchstposition erreichte, konnte der in der kanadischen Hitliste erlangte Rang nicht mehr übertroffen werden. Am 11. Februar lief der 3D-Konzertfilm Justin Bieber, Never Say Never, der teilweise biografische Züge aufwies, in den Kinos der USA und Kanadas an. Der Konzertfilm, bei dem Jun-Chu Regie führte, nahm am ersten Tag in den USA rund 12,4 Millionen US-Dollar ein. Weltweit erreichte der Film insgesamt ein Einspielergebnis von rund 98,5 Millionen US-Dollar. Drei Tage nach dem Film wurde auch das Remix-Album Never Say Never – The Remixes in den USA veröffentlicht, das den Film musikalisch begleitete. Direkt nach der Veröffentlichung stieg das Album in den Billboard 200 sowie den kanadischen Charts auf Platz 1 ein. In Deutschland, wo das Album wenig später erschien, erreichte es Platz 72, in Großbritannien Position 17. Im März 2011 wurde die Tournee in Europa fortgesetzt. Insgesamt dauerte sie bis Oktober 2011 und führte Bieber noch nach Asien, Ozeanien, Nord- und Südamerika. Mitte Juni veröffentlichte Chris Brown das Lied Next 2 U als fünftes Single-Auskopplung seines Albums Fame bei dem Titel Tritt Bieber als Gastsinger auf. Er erreichte unter anderem Platz 26 in den USA und Rang 28 in Deutschland. Im August wurde zudem bekannt, dass er ein Weihnachtsalbum veröffentlichen wird. Nachdem im September das Cover und der Name der CD veröffentlicht worden war, erschien am 17. Oktober die erste und einzige Single des Albums, Mistletoe. Das Lied erreichte Platz 11 in den USA, Rang 9 in Kanada, Position 21 in Großbritannien und Rang 53 in Deutschland. Ab November war das Weihnachtsalbum Under the Mistletoe erhältlich, das in den USA auf Platz 1 debütierte. Somit wurde es Biebers drittes Nummer 1 Album in den Billboard 200. Zudem stieg es in Kanada ebenfalls auf Platz 1 ein. Dort stellte es Biebers viertes Album auf Rang 1 dar. 2012 bis 2014, drittes Studioalbum Belief. Bieber 2012 Ende Februar veröffentlichte die Band Fist Movement den Titel Live My Life als erste Single aus ihrem Album Dirty Bass, wobei Bieber als Gastmusiker in Erscheinung tritt. Das Lied erreichte Platz 7 in Großbritannien, Rang 21 in den USA sowie Platz 8 in Deutschland. Am 26. März erschien die erste Single seines dritten Albums mit dem Titel Boyfriend. Sie stieg in Kanada auf Platz 1 der Charts ein und war Biebers erster Nummer 1 Hit in seiner Heimat. In den USA, wo das Lied Rang 2 der Billboard Hot 100 erreichte, ist es ebenfalls die bisher erfolgreichste Single-Veröffentlichung des Sängers. In Deutschland erlangte sie Position 16 und im Vereinigten Königreich Rang 2. Am 15. Juni erschien das Album Belief. Anfang Januar 2013 tauchten im Internet Bilder auf, die Bieber vermeintlich beim Konsum von Marihuana zeigten. Wenige Tage später äußerte sich der Sänger in einem Tweet, den die Presse als Eingeständnis und Entschuldigung für seinen öffentlichen Drogenkonsum interpretierte. Im März berichtete die BBC, dass Bieber erst zwei Stunden später zu einem Konzert in London erschienen sei, nachdem er bereits frühere Konzerte wiederholt nicht pünktlich begonnen habe. Die Verspätung hat neben großer Unzufriedenheit in den Reihen der Besuche eine Konventionalstrafe zur Folge, da die Veranstaltung aufgrund der zeitlichen Verschiebung Lärmschutzvorschriften nicht einhalten konnte. Einige Wochen später brach Bieber auf einem Konzert hinter der Bühne aufgrund von Atembeschwerden zusammen. Der Sänger konnte die Show nach einer 20-minütigen Unterbrechung jedoch vollständig beenden und wurde danach in ein Krankenhaus eingeliefert. Beim Verlassen der Klinik gerät Bieber erneut in Konflikt mit Paparazzi. Am 7. Oktober 2013 erschien die Single Heartbreaker, All That Matters folgte am 14. Oktober und Hold Tight am 21. Oktober 2013. Bei seinem Besuch in Brasilien im Zuge seiner Belief-Tour im selben Jahr sorgte er erneut für Schlagzeilen, als er während eines Konzerts in Sao Paulo die Bühne verließ und nicht mehr zurückkehrte, ein Bordell besuchte und sein Hotelzimmer verwüstete. 2014 wurde aufgrund mangelnder Beweise ein Verfahren gegen den Sänger eingestellt. Er war beschuldigt worden, einen Chauffeur attackiert zu haben, der ihn und Freunde von einer Diskothek abgeholt hatte. 2015 bis 2016, Purpose Am 27. Februar 2015 erschien in Zusammenarbeit mit Skrillex und Diplo alias Jack U der Song Where Are You Now, der Platz 97 der deutschen Single Charts erreichte. Am 28. August 2015 veröffentlichte Bieber What Do You Mean? Die Single belegte in Deutschland Platz 4 der Hitparade und wurde innerhalb von 5 Tagen 21 Millionen Mal auf Spotify gestreamt. Das Lied zählt knapp 10 Millionen Verkäufe. Am 23. Oktober 2015 folgte mit Sorry die zweite Single-Auskopplung. Der Song erreichte in Deutschland Platz 3 und als zweite Single in Folge Platz 1 in den USA. Während unter anderem Blood Bob und Julia Michaels als Songwriter beteiligt waren, war Skrillex als Produzent aktiv. Als letzte vorab Single-Auskopplung veröffentlichte Bieber am 9. November 2015 das Lied Love Yourself, das in Zusammenarbeit mit Ed Sheeran entstand, welcher jedoch nicht auf der Single erwähnt wird. In über 15 Ländern erreichte der Trap Platz 1 der offiziellen Single Charts. Am 13. November 2015 erschien Biebers viertes Studioalbum mit dem Titel Purpose. Es konnte wie sein Vorgänger auf Platz 3 der deutschen Album-Charts einsteigen. Gleichzeitig waren in den Single-Charts acht Titel des Albums vertreten, drei davon in den Top Ten. Das Album gehört mit 3,1 Millionen verkauften Einheiten zu den meistverkauften des Jahres. Im Juni 2016 erreichte das Album 4,5 Millionen weltweit verkaufte Einheiten, was es zu seinem erfolgreichstem Album macht. Im März 2016 startete die Purpose World Tour in Seattle. Nach Album-Release erschien das Lied Company als letzte Single-Auskopplung aus dem Album. Diese konnte nicht an den Erfolg der Vorgänger anschließen. Im Juli 2016 veröffentlichten Major Laser und Müh das Lied Cold Water, bei dem Bieber als Gastmusiker mitwirkt. Der Song rückte auf Platz 2 der deutschen Single-Charts vor. In 30 weiteren Ländern stieg das Lied in die Top 10 ein. An der Entstehung waren zudem Ed Sheeran und Benny Blanco beteiligt. Im August folgte Let Me Love You mit dem französischen DJ DJ Snake, mit dem Bieber im September 2016 zum ersten Mal die Spitze der deutschen Single-Charts erreichen konnte. 2017, Nummer 1 Kollaborationen Im April 2017 veröffentlichten Luis von C. und Daddy Yankee einen Remix ihres Latin-Pop-Songs Despacito mit Justin Bieber, der hier erstmals auf Spanisch sang. Der Remix erreichte Platz 1 der offiziellen Single-Charts in den USA und Großbritannien. Ebenfalls im April erschien das Lied im The One, das in Kollaboration mit DJ Khaled, Lil Wayne, Quaver und Chance the Rapper entstand. Der Song erreichte ebenfalls Platz 1 der US-amerikanischen Single-Charts und verkaufte sich über 1,5 Millionen Mal. Im Juni 2017 veröffentlichte Bieber gemeinsam mit dem französischen DJ David Guetta das Lied to You. Der Track ist eine Mischung aus Tropical House und Future Bass und erreichte in vielen Ländern Platz 1 der iTunes-Charts. Das Musikvideo entstand in Zusammenarbeit mit vier Victoria's Secret Angels. Alle drei Titel befanden sich am 16. Juni 2017 in den deutschen Top 10. Andere Aktivitäten Im Jahr 2012 machte er Werbung für Adidas, Derek Rose und Venus Williams. 2015 wurde er Testimonial von Calvin Klein. Ebenfalls 2015 machte er Werbung für die App-Starshop von Kevin Harrington. Im Jahr 2017 wurde eine Werbung für die Deutsche Telekom veröffentlicht. Bisher veröffentlichte er vier Parfüms, 2011 Someday, 2012 Gallifrant, 2013 Key und 2014 Apostrof Justin Bieber Collector's Edition Apostrof. Bieber unterstützt Pencils of Promise, eine wohltätige Organisation, die von Adam Braun, dem Bruder seines Managers gegründet wurde. Die Organisation baut Schulen in Entwicklungsländern. Er wurde ein Manager für die Kampagne der Organisation in Guatemala. Außerdem unterstützt er die Kampagne Schools for All durch Werbung. Er spendet einen Teil seiner Konzerteinnahmen und Einnahmen durch seinen Duft Someday. 2013 startete Bieber die Online-Kampagne Raute Give Back Philippines, um den Opfern des Taifun Haiyan zu helfen. Rezeption In London, Amsterdam, New York City, Berlin und Wien stehen im Wachsfiguren-Kabinett von Madame Tussauds Figuren von Bieber. In der 13. Episode der 14. Staffel der Animations-Fernsehserie South Park wird Bieber parodiert. Dabei wird er in der Folge von Dolo getötet. Im Juni 2011 platzierte Bieber sich auf Platz 2 der Liste der bestbezahlten Prominenten unter 30 Jahren, die von dem Forbes-Magazin erstellt worden war. Das Magazin errechnete ein Einkommen von rund 53 Millionen US-Dollar in einem Zeitraum von Mai 2010 bis Mai 2011.